Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im Mai. Der Mai gilt ja als Wollemonat und es gibt einige erfreuliche Aussichten in den Sternen, die das bestätigen. Vor allem die zweite Monatshälfte verspricht ausgesprochen sinnliche und lustvolle Zeiten. Wenn ihr euch frisch verliebt habt oder ein anderes wichtiges Ereignis für euch ansteht, meldet euch gern für eine persönliche Beratung bei mir. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder mir eine Mail schreiben oder direkt auf meiner Homepage eine Beratung aussuchen. Alle Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Wir haben ein besonders wichtiges astrologisches Ereignis in diesem Monat. Die Lilith wechselt nach neun Monaten im Wassermann am 3. Mai in die Fische. Das ist eine spürbar neue Energie, die uns im zwischenmenschlichen Bereich beeinflussen wird und gerade im Mai viele lustvolle und anregende Impulse bringt. Schaut euch dazu bitte auch mein neues Special über Lilith in den Fischen an. Es heißt Loslassen und Befreien. Außerdem plane ich einen Workshop über die Transite der Lilith, die häufig den Charakter einer Einweihung haben und oft intensive emotionale Reaktionen auslösen. Und der Workshop heißt Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Damit ihr wisst, wo solche wichtigen Transite in eurem Geburtshoroskop wirksam werden, solltet ihr es gut kennen. Deshalb verlose ich nochmal unser tolles schriftliches Geburtshoroskop von Cosmogramm.de. Darin habe ich auch die Lilith-Position eurer Geburt gedeutet. Mehr zur Verlosung und zu dem Workshop erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos. Also bleibt dran. Und wer im Mai gewinnt, das erfahrt ihr dann in der kosmischen Schwingung vom Juni. Jetzt möchte ich euch die Gewinnerin der Verlosung im April verkünden. Ein Partnerhoroskop gewonnen hat Gundula Lachenmeier. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gundula. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit ich das Partnerhoroskop für dich erstellen kann. Letzten Monat war ich wirklich sehr fleißig. Die starke Energie des Neumondes vom April hat mich angeregt, was Neues auszuprobieren. Ich habe diesmal den Mondzyklus für den Mai aus der kosmischen Schwingung herausgenommen und extra gedeutet und dazu ein eigenes Video gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das auch anschauen würdet. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr findet alle Videos, die in diesem Monat wichtig sind, in meiner Playlist für den Mai. Jetzt wollen wir loslegen und uns die Konstellationen des Monats näher anschauen. Hier erstmal der Überblick für den 1. Mai. Die Sonne steht im Stier und auch der Uranus. Dann haben wir im Widder, Mond, Merkur, Venus und Chiron stehen. Der Mars befindet sich in den Zwillingen und direkt gegenüber steht der Jupiter im Schützen. Er ist jetzt rückläufig und Mars-Jupiter, das ist so ein bisschen eine Leichtsinnskonstellation. Kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir Saturn und Pluto, die stehen im Steinbock am absteigenden Mondknoten und direkt auf der Mondknotenachse und der aufsteigende Mondknoten steht im Krebs. Der Neptun steht in den Fischen und die Lilith steht auf 29 Grad Wassermann. Und das erste wichtige Ereignis des Monats haben wir dann am 3. Mai. Das ist nämlich, wenn die Lilith in die Fische wechselt, nachdem sie vorher neun Monate durch den Wassermann gelaufen war. Und das ist eine spürbare Änderung der kosmischen Energie. Dieser Transit ist besonders positiv für alle, die sich mit magischer Weiblichkeit, Spiritualität und Psychologie beschäftigen. Auch in Fragen der Gleichberechtigung von Frau und Mann und von Minderheiten wird eine neue Energie spürbar. In den neun Monaten mit Lilith im Wassermann haben wir eine Menge Kämpfe und Reibereien um die Gleichberechtigung der Frau und Genderfragen erlebt. Frauen haben auf ihren Rechten beharrt und sich energisch quergestellt, wenn ihnen was nicht gepasst hat. Mit Lilith in den Fischen werden wir vermutlich öfter sehen, dass Frauen bereit sind, für ihre Anliegen große Opfer zu bringen, aber auch manches Mal, dass Positionen, die Frauen schon erreicht hatten, wieder aufgegeben werden. Denn Lilith in den Fischen symbolisiert die Bereitschaft, radikale Opfer zu bringen und auch sich lieber zurückzuziehen, als einen offenen Kampf zu führen. Also insgesamt könnte sich das auf der gesellschaftlichen Ebene erstmal friedlicher anfühlen, aber Betroffene erleben dann innerlich aufwühlende Konflikte. Mehr über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Special Loslassen und Befreien über den Durchgang der Lilith durch die Fische. Im Mai bildet die Lilith vor allem in der zweiten Monatshälfte prickelnde und lustvolle Aspekte zu Venus, Mars und Uranus. Insofern verspricht der Monat aufregende und sinnliche Momente in der Liebe, wenn auch manche Flirts und Affären nicht ganz ungefährlich sind. Beziehungen, in denen es kriselt, können dadurch herausgefordert werden. Also seid da achtsam. Es gibt noch ein weiteres wichtiges astrologisches Ereignis mit Saturn. Der wird am 30. April rückläufig. In den Wochen nach seinem Richtungswechsel ist er erfahrungsgemäß besonders exponiert und entfaltet seine festigende und verlangsamende Kraft besonders stark. Das kann erstmal bedeuten, dass sich unsere produktiven Prozesse und unsere Bemühungen, unsere Vorhaben zu manifestieren, verlangsamen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem Früchte tragen werden. Und vielleicht ist das ein guter Grund, sich diesen Monat ein wenig mehr den zwischenmenschlichen und vergnüglichen Seiten des Lebens zu widmen und bei unseren beruflichen Projekten etwas mehr Geduld walten zu lassen. Gar nicht so einfach, solange der Mars in den Zwillingen steht. Da ist man mit seinen Gedanken wesentlich schneller als mit dem Umsetzen. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir uns aufschreiben, was wir noch erreichen wollen, falls einiges davon zunächst unrealisierbar erscheint. Außerdem mahnt uns Saturn, uns nicht zu verzetteln, sondern uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Zusammen mit Pluto wird er weiterhin auf der Mondknotenachse stehen, genau wie schon im letzten Monat, und uns mit den Konsequenzen aus der Vergangenheit konfrontieren. Diesmal haben wir aber ein positives Signal, weil nämlich zum Neumond hier Sonne und Mond positiv zur Mondknotenachse stehen werden. Wir dürfen also davon ausgehen, selbst wenn die Dinge ihre Zeit brauchen, dass wir uns im Mai mehr in Harmonie mit der Vergangenheit und Zukunft befinden als noch im April. Außerdem muss ich noch erwähnen, dass der Saturn ja insgesamt fast fünf Monate rückläufig sein wird. Und insofern müsst ihr jetzt also keine Angst haben, dass dann fünf Monate lang überhaupt nichts mehr vorwärts geht. Aber wie gesagt, man muss etwas mehr Geduld haben und dafür haben die Sachen dann aber auch später umso nachhaltige Substanz. Allerdings bilden Merkur und Venus in der ersten Maiwoche noch Spannungsaspekte dazu. Und das kann uns dazu bringen, uns mit den Fehlern der Vergangenheit auseinanderzusetzen und in der Partnerschaft Dinge zu sagen, die vom Partner als verletzend empfunden werden. Dabei sind diese Gedanken oft gar nicht verkehrt. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht als Anschuldigung oder Frustration äußert, sondern als Tatsachen und Erkenntnisse, aus denen man Konsequenzen für die Zukunft ziehen will. Außerdem müssen wir auch aufpassen, ob unser Partner überhaupt darauf eingestellt ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich hatte da mal einen schönen Dialog mit meiner Tochter. Sie ist ja Stier und hatte von ihrem Vater zum bestandenen Führerschein ein recht betagtes, aber bequemes Auto bekommen. Ich war mit ihr unterwegs und fand das Auto halt nur auf der Autobahn ziemlich laut und sagte ihr das auch. Kurz darauf meinte sie, das sei ihr bisher gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, nachdem ich es gesagt hätte, würde es sie selber stören. Hätte ich mich doch nicht beschwert. Daraufhin sagte ich, wie es typisch für den Steinbock ist, ich habe mich gar nicht beschwert, ich habe nur auf Tatsachen hingewiesen. Daraufhin sagte sie, das mag ja sein, aber ich wollte das gar nicht wissen. Das hat mir zu denken gegeben und das ist mir jetzt im Zusammenhang mit den Konstellationen im Mai wieder eingefallen. Manchmal ist es weise, Erkenntnisse erstmal für sich zu behalten und darauf herumzudenken, ob sie überhaupt gesagt werden müssen. Und wenn ja, sich genau zu überlegen, in welcher Form man sich darüber austauscht, damit andere sich nicht kritisiert fühlen oder unnötig belastet werden. Ähnliches gilt übrigens auch für berufliche Situationen. Es ist eine Sache, seinen eigenen Standpunkt deutlich zu machen oder zu verteidigen, aber es ist eine andere Sache, Dinge zu äußern, die von den Kollegen als Kritik an ihrer Arbeit empfunden werden könnten. Da sollten wir einfach vorsichtig sein. Ja, am 5. Mai ist ja dann der Neumond im Stier und das ist ein Neumond der Hoffnung, eine wunderschöne Konstellation. Und damit das hier nicht den Rahmen sprengt, dieses Videos, habe ich diesmal den Mondphasen ein ganz eigenes Video gewidmet, in dem ich auf die Entfaltung dieses Mondzyklus genau eingegangen bin. Das solltet ihr euch zu dem Thema noch mal anschauen. Und wie sich der Neumond für die einzelnen Tierkreiszeichen auswirkt, das erfahrt ihr ja dann in dem langen Video mit den zwölf Sternzeichen. Zusammen mit dem Neumond am 6. Mai geht der Merkur in den Stier und trifft sich dann anschließend mit Uranus hier. Und da sind wir dann sehr spontan und uns fallen originelle Lösungen ein. Aber wir müssen weiterhin aufpassen, dass wir nicht mit irgendwas rausplatzen, was unangemessen ist. Und das könnte durchaus passieren, denn wir haben in dieser Zeit diese Leichtsinskonstellation, die ich ganz zu Anfang schon mal angesprochen hatte. Das ist nämlich, wenn Mars und Jupiter einander gegenüberstehen. Das ist sowohl ein Hinweis darüber, dass wir über die Stränge schlagen und dass wir uns auf riskante Unternehmungen einlassen, als auch, dass wir unbedingt Recht haben wollen oder Mars in den Zwillingen auch auf Kosten anderer Scherze machen wollen. Also da ist man besonders scharfzüngig. Also insofern muss man da ein bisschen aufpassen, dass man es mit dieser Konstellation nicht übertreibt. Man denkt dann auch groß und man ist auch in der Lage, ein gutes Risiko einzugehen. Aber man sollte eben vorher abschätzen, ob man das auch wirklich bewältigen kann. Ab dem 11. Mai lassen aber dann die stressigen Aspekte nach. Denn die Sonne im Stier bildet dann für zehn Tage günstige Aspekte hier zu Saturn und Pluto und der Mondknotenachse. Das heißt, wir finden zu praktischen Lösungen und wir erkennen auch den konstruktiven Gehalt der Probleme, die wir vorher gewälzt haben. Diese Gedanken und Auseinandersetzungen waren ja nicht umsonst und wir wollten uns ja auch gegenseitig nicht verletzen. Aber falls es passiert sein sollte, dürft ihr in der Zeit vom 11. bis zum 20. Mai mit einem Happy End rechnen. Falls ihr erkennt, dass ihr jemandem zu nahe getreten seid, ist das auch eine gute Zeit, um aufeinander zuzugehen und sich zu entschuldigen. Und die Zeit ist auch sehr produktiv. Wenn ihr an wichtigen beruflichen Projekten arbeitet, da kommt ihr dann besonders gut voran, wenn die Sonne positiv zu Saturn und Pluto steht. Denn das sind ja zwei ausgesprochene Macht- und Karrierefaktoren. In diese Woche fallen aber noch weitere wichtige Ereignisse. Am 15. geht die Venus in den Stier und am 16. Mai wechselt der Mars ins Zeichen Krebs. Und außerdem haben wir am Wochenende vom 18. und 19. eine leidenschaftliche Vollmondnacht in den Zeichen Stier und Skorpion. Und dabei trifft sich dann die Venus mit aufreger Uranus und da kann der Liebesblitz einschlagen. Mehr über diese spannende Vollmondkonstellation erfahrt ihr in meinem Video über den aktuellen Mondzyklus. Jetzt schauen wir uns aber noch mal die Venus und den Mars an. Die Venus läuft bis zum 8. Juni durch den Stier und in diesem Zeichen herrscht sie ja auch. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie von Sinnlichkeit, Genuss und auch eine Freude an praktischen Tätigkeiten wie Gärtnern und Kochen, Handarbeiten, Verschönerung am Zuhause, Auffrischen der Garderobe, Massagen, Wellness und Schönheitspflege. Die sinnlichen und erotischen Aspekte der Partnerschaft sind dann auch sehr betont. Mars, Venus, Lilith und Uranus bilden vom 16. Mai praktisch bis zum Monatsende lustvolle Aspekte. Das sind äußerst prickelnde Energien, besonders in der Liebe ist das sehr anregend. Da wird dann der Mai wieder mal seinen Ruf als Liebes- und Wonnemonat alle Ehre machen. Allerdings muss ich zum Mars noch sagen, dass der Kampf- und Energieplanet im Krebs nicht die günstigste Position inne hat. Der Krebs ist ja das Zeichen der mütterlichen Gefühle und des kindlichen Wunsches nach Geborgenheit. Wenn da jetzt der kriegerische Mars reinstürmt, kann das dazu führen, dass wir uns schnell persönlich angegriffen fühlen und auch sachliche Auseinandersetzungen emotional geführt werden und wir beleidigt reagieren. Besonders wenn ihr das Sternzeichen oder Planeten oder den Aszendenten in den Kardinalzeichen, Widder, Krebs, Waage oder Steinbock habt, solltet ihr da mal drauf achten. Man wird irgendwie dünnhäutiger und nervige Situationen oder Sticheleien von Leuten gehen einem schneller unter die Haut. Es fällt schwer, Kritik, Herausforderungen oder Druck auszuhalten. Und je nachdem, wie dann der Mars in eurem eigenen Horoskop steht, reagiert ihr entweder aufbrausend oder schmollend und euer Gegenüber denkt dann vielleicht, mein Gott, seid ihr empfindlich. Und diese schwierige Seite des Marstransits zeigt sich wahrscheinlich ab dem 21. Mai, wenn der Mars hier in eine Spannung zu Chiron hineinläuft, der im Widder steht. Und Mars-Chiron-Aspekte sind heikel, denn man wird verunsichert, wie man sich verhalten soll. Verteidigen und kämpfen mit der Aussicht, verletzt zu werden oder andere zu verletzen. Oder doch lieber die Faust in der Tasche ballen und den Ärger herunterschlucken und den Konflikt mit sich alleine auszumachen. Oder sich schmollend zurückziehen und die allgemeine Stimmung verderben und riskieren, dass es auf den Magen und die Psyche schlägt. Das ist alles nicht besonders angenehm. Mein Tipp wäre, Konflikten zwischen dem 21. und dem 28. Mai weiträumig aus dem Weg zu gehen, wenn es irgendwie möglich ist, weil danach entspannt sich die Lage wieder. Aber im Juni wird der Mars dann nochmal einige schwierige Aspekte bilden und dann könnten solche Konflikte zur Wiedervorlage kommen. Am 21. Mai haben wir aber nochmal einen spürbaren Wechsel der kosmischen Energie, denn dann geht die Sonne in Begleitung von Merkur ins Zeichen Zwillinge. Und der Wechsel der Sonne ist um 9.59 Uhr morgens, dann beginnt dieses Jahr das Sternzeichen Zwillinge. Und das ist ja eine leichtfüßige und geistig anregende Energie und auch eine mentale Kraft. Davon profitiert ihr besonders, wenn ihr das Sternzeichen oder wichtige Horoskopfaktoren in den Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann habt. Oder auch in den Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze. Allerdings begünstigt diese Konstellation auch Witze und Sticheleien auf Kosten anderer und Leute, die jetzt einen empfindlichen Mars haben oder die unter dem Mars Chiron-Quadrat leiden, könnten dann emotional tief getroffen reagieren. Das kann besonders beim Flirten dazu führen, dass man seine Chancen ruiniert, weil man aus Versehen die empfindliche Stelle des Gegenübers trifft. Und dann wundert man sich, warum derjenige sich nie wieder meldet. Jetzt kommt es darauf an, im richtigen Moment das Richtige zu sagen, denn kraftvolle Worte können jetzt auch zur Heilung führen, weil die Sonne und der Merkur zwischen dem 20. und 28. Mai gute Aspekte zum Chiron bilden. Das heißt, wir haben gute Chancen, dass der Monat harmonisch ausklingt, wenn wir uns um einen bewussten Umgang mit unseren Gedanken und Worten bemühen. Und nicht nur das, zum Ende des Monats hin baut sich auch ein wunderschöner Aspekt auf von Neptun hier zu Saturn. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch schöne Aspekte mit der Venus auch zu Neptun und zum Mondknoten. Das bedeutet einfach, dass die Intuition und die Zugewandtheit steigt, sodass wir auch einfach spüren, was jetzt in dem Moment das Richtige ist, was wir tun und sagen sollten. Insofern denke ich, dass der Monat insgesamt harmonisch ausklingen wird. Und wie sich diese und alle anderen Konstellationen des Monats für euer Sternzeichen auswirken, darauf gehe ich dann in meinem langen Video für die 12 Sternzeichen ein. Das waren eure Sterne im Wonnemonat Mai. Und jetzt kommen wir zum Serviceteil mit wichtigen Infos und Terminen. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder mein Kundentelefon. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und hier ist wie versprochen der Termin für meinen Workshop mit den Transiten der Lilith, Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Er findet am Freitag, den 7. Juni 2019 um 19 Uhr statt und das ist ein Online-Workshop. Das heißt, wenn ihr den Zeitpunkt verpasst, live dabei zu sein, könnt ihr euch auch nachträglich noch das Video des Workshops buchen. Und das ist der nächste Livestream-Termin. Wir machen einen Neumond-Talk am 3. Mai um 20.30 Uhr. Da sende ich live aus Arizona, aus den USA und ihr könnt mir mal die Daumen drücken, dass das technisch auch klappt. In der Sendung verlose ich eine Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos findet ihr auf meiner Homepage. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats und ihr könnt ein schriftliches Geburtshoroskop gewinnen. Denn um die Sterne zu verstehen, muss man wissen, wie sie zur Geburt standen. Wenn ihr schon euer Geburtshoroskop habt, könnt ihr euch eine Person aussuchen, der ihr es schenken möchtet. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt doch bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss möchte ich euch noch einige Videos ans Herz legen. Einmal über den Mondzyklus im Mai. Dann natürlich das neue Special über Lilith in den Fischen loslassen und befreien. Und wichtig ist auch weiterhin das Mondknoten-Video. Finde deine Heimat. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.